Hallo liebe YouTube-Freunde, also wir sind heute am Wintergerste-Dreschen mit dem Glass-Dominator 108 SL. Das ist die Maschine. Ich will jetzt nicht näher dran gehen wegen dem unangenehmen Staub. Das hier ist der Schlag. Der hat ungefähr 2,5 Hektar. Da oben haben wir vorhin gedroschen. Ja, also zu der Maschine ist zu sagen, das ist eine Seckschüttler-Maschine, ein 108 SL, 4,50 Meter Schneidwerk. Was siehst du auch, da ist der Schneidwerkwagen. Ja, das ist das Abtransportfahrzeug. Das ist ein Reich Kipper. Das ist der Reich Kipper, 8 Tonnen Kipper und ein Krone M Kipper. Das ist der IAC-47 mit Pflegebereifung. Das ist unser Ritt- und Kunstlinge-Freufahrzeug normalerweise. Aber da wir noch gleichzeitig im hohen Heupress-Einsatz sind mit dem 56 SL, und haben gesagt, hängen wir jetzt den dran, weil wir jetzt kein anderes Fahrzeug frei hatten. Ja, jetzt gehen wir einfach mal hoch, gucken, wie das da oben aussieht. Dass ihr mal den Ertrag seht. Ja, also das ist das Getreide. Ja, also ich denke, man sieht, die Körner sind eigentlich sehr zufrieden mit dem Ertrag. Ich möchte es wirklich mal fairerweise dazu sagen. Ja, jetzt genießt einfach mal dieses Bild. Wir sind hier in Leimengau-Angeluch und das ist jetzt der vierte Schlag, den wir heute machen. Das ist die Körner. Ja. Ja, jetzt gehen wir weiter. Ja, jetzt gehen wir. Ja, jetzt gehen wir heute hin. Ja, jetzt gehen wir erstmal alles. Ja, wir können hier. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen. Ja, also das haben gestern aus dem Ort hier ein Bauer gedroschen. Das hat ein Lohnunternehmer gedroschen und wenn man mal sieht, wie viel Grünes hier noch dabei war. Man sieht ja hier ganz deutlich, dass das war einfach noch nicht reid. Man sieht es auch, wenn man sich hier den Schlag anguckt, sieht man es ganz ehrlich gut. Ich habe jetzt ein Handy, das sieht man vielleicht nicht so. Also sieht man aber, wie viel Grünes da noch drin war. Also der von uns ist wesentlich reifer. Da kommt wieder der Nähbrecher. Ja, und liebe YouTube-Freunde, ich weiß, ich habe mittlerweile viele Zusprüche auf meine Videos bekommen. Viele haben mich gefragt, ja, warum machst du nicht öfters mal ein Video oder warum fotografierst du nicht mal euren Tourpark? Ganz einfach, das hat damit zu tun, dass ich einen Stall, habe ich gesagt, demonstrativ, da wird nichts gefilmt. Das braucht, ich finde einfach, das gehört nicht hierher. Also es soll zwar ein Farmblock sein, aber ich finde, ich habe mich da auf den Acker beschränkt, auf Maschinen. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich werde vom Stall keine Filmaufnahmen veröffentlichen. Nicht, weil wir irgendwas zu beheimlichen haben, aber das muss einfach nicht sein, weil das sind die Privatsphäre von anderen Leuten und unseren Tieren. Die will ich nicht veröffentlichen. Und ja, man sieht es hier. Also ich finde einfach, der 108 SL, der hat einen pervers geilen Sound. Wenn man das mal genießt, dieser Sound, das ist einfach brutal. Im Vergleich der 118 SL, der hat wieder einen ganz anderen Sound. Und ja, also ihr habt ja jetzt eben gesehen, also hier das Stroh vom Nachbargrundstück. Und jetzt mal im Vergleich zu unserem Stroh. Also unser Stroh ist wesentlich zäher, muss man jetzt auch deutlich dazu sagen, unser ist wirklich zäher. Und ich muss ehrlich dazu sagen, also das ist wirklich eine Hammermaschine, der 108 SL. Ach, wer Interesse an diesem Mähdrescher hat, der steht übrigens zum Verkauf. Also dieser Mähdrescher soll definitiv im Spätjahr verkauft werden, weil wir wieder im Lohn dreschen lassen wollen und nicht mehr selber dreschen möchten. Ja, zu dieser Maschine, der hat 4000 Betriebsstunden, ist generalüberholt worden und der soll, ich glaube, 24.000 Euro kosten. Aber wie gesagt, wer Interesse an dieser Maschine hat, der kann mir gerne Privatnachricht schreiben. Dann schicke ich gerne meine Handynummer und Adressdaten zu dem Besitzer von der Maschine. Ja, also jetzt genießt einfach mal den Sound von dem Mähdrescher, weil das ist echt der Hammer. Ja, also jetzt genießt einfach mal. Ja, also jetzt genießt einfach mal. Ja, auch jetzt genießt einfach mal. Ja, auch jetzt genirencies hast mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 In diesem Sinn, Tschüss!